ja hallo zusammen zurück vom einkaufen für den planungsabend morgen ich habe jetzt zwei volle taschen und wenn ich mir den einkauf so angucke denke ich zurück an die alte zeit sage ich mal ihr wisst ja ich habe ja auch das video oder die videos bezüglich dem thema gewicht und abnehmen und alles was so drumrum ist und wenn ich mir den inhalt der taschen heute anschaue dann fühle ich mich wie in alten zeiten da habe ich eigentlich nur so eingekauft ich zeige euch das gleich mal aber gut wie gesagt wir machen es ja ein bisschen getreu dem motto der kreuzfahrt und ja los geht es halt in amerika und ja da kennen wir das ja da gibt es viel hast gut fertig sachen hübs was auch immer ja was im genauen was ich mir jetzt so gestern dann überlegt habe das zeige ich euch jetzt mal ja jetzt habe ich das ganze mal ausgepackt und außer mango und ananas seht ihr dafür morgen wie gesagt nichts gesundes ganz im gegenteil aber morgen ist sowieso mein einmal in der woche eingeplanter quasi ja sündigen tag das heißt das ist ein tag da benutze ich meine app zum kalorienzellen nicht da gucke ich auch nicht drauf was ich esse sondern da ist sich einfach auch mal die sachen die man sonst nicht so unbedingt essen sollte und das ist auch eine gute mischung wenn man das wirklich so beibehält dass man sagt ein so ein ja sheet day sagen ja auch viele dazu hat man dann in der woche und für morgen passt das einfach ganz gut ja jetzt gucken wir doch mal hier was wir so haben und zwar fangen wir mit den schönen american style cookies an die wird es dann morgen nachmittag geben weil der kumpel aus herne der kommt ja schon nachmittags an dann machen wir schnell irgend so einen kleinen kaffee und dann eben so ein snack dazu dass man dann was hat ja für morgen abend dann als ich sag jedes mal hauptspeise ist es ja nicht wir machen ja einfach nur so ein snack abend wird dann hot dogs geben dafür habe ich dann alles hier röstzwiebeln hot dog brötchen die haben wir hier ja röstzwiebeln original hot dog würste ich muss gestehen ich wusste gar nicht dass es so was gibt jetzt eigentlich normale heißwürste genommen aber die sprangen mich gerade so an und dann habe ich gedacht ja gut hot dog wo es passt ich selber mache hier zu hause nämlich sonst keine hot dogs klar wir essen das mal so wo wir jetzt letztes jahr in new york waren haben was öfter mal gegessen zwischendurch ab und zu wenn ich dann so einen sündigen tag habe und wir sind unterwegs sind vielleicht mal beim ikea dann esse ich auch mal so einen aber dass ich die jetzt zu hause mache eigentlich weniger ja die gewürzgürken dazu hier habe ich noch dann einen speziellen hot dog ketchup gefunden habe ich mal mitgenommen ja dann auch senf weil manche machen sie auch sage ich mal auch falsch rum ja ist auch eigentlich egal mit senf und ketchup manche mit einer speziellen hot dog so ich glaube da gibt es auch wieder so viele verschiedene sachen naja das steht jedenfalls genauso wie hier diese m&ms mehr oder weniger für die für die usa sprich für den startpunkt unserer kreuzfahrt ja m&ms wir lieben die dinge einfach aber nicht nur die schokolade an sich weil die darf ich ja nicht so häufig sondern einfach diese kleinen runden m&ms ich habe da ja mir auch eine so eine freiheitsstatue als m&m und so weiter habe ich mir aus new york mitgebracht bzw wir haben sie dann auch noch mal in etwas größer bestellt weil wir das nicht alles in den koffer gekriegt haben ja in den usa haben die einfach mega viele tolle sorten das gibt es hier ja so gar nicht ja das also amerika startpunkt miami dann haben wir ja noch haiti also labadie die insel dann und da habe ich so ein bisschen geguckt ja da wäre irgendwie so ein typisch tolles reisgericht oder irgendwas gewesen nur kochen wollte ich ja nicht nachspeisen technisch so groß jetzt auch nichts weil sie diese leckereien dann auch dazu gibt und habe dann einfach mal geguckt und da ist es eben so die essen natürlich dementsprechend auch viel obst darunter besonders eben ananas mango banane habe ich noch gelesen zitrusfrüchte allgemein und habe ich dann gedacht okay dann mache ich morgen einfach noch so mango und ananas klein geschnippelt ich habe noch kokosraspeln da das ist dann wie so ein kleiner fruchtsalat wird den man dann so dazu essen kann und das steht dann quasi für unser stop auf labadie ja dann haben wir noch voll maus jamaica da habe ich dann was genau was ich früher tütenweise so verschlungen habe meine funde kam ja auch nicht von ungefähr lassen wir mal dahingestellt das thema aber diese rittersport rum ja hier steht ja mit dem echten schuss jamaica rum ob dem so ist kann ich jetzt nicht beurteilen aber sie schmecken verdammt lecker finde ich jedenfalls ja und von daher habe ich die dann stellvertretend davor genommen und natürlich ist dann ja auch noch kosumel mexico und da habe ich gedacht okay chips und sowas braucht man eh immer am abend wenn man sitzt knabber rein und dann haben wir da ganz dann mal oder ganz getötete chips genommen ich habe dann irgendwie noch so ein geodip milde salsa genommen weil ich selber mag das nicht so scharf ja und somit haben wir dann eigentlich alle bereiche die wir so anfahren abgedeckt dementsprechend sieht es aus und das weist auch so ein bisschen wieder darauf hin was dann essenstechnisch so auf den kreuzbaden und in miami wieder erwarten wird burger hot dogs was auch immer klar es gibt auch da super gutes essen wo man sich eben gesund ernähren kann aber im urlaub ist es einfach immer anders und gerade wenn man dann so in ländern ist wo es viel zum kram gibt ja gut aber da müssen wir dann danach wieder gucken wie wir damit klarkommen ja das ist jetzt morgen abend schon mal die vorbereitung und wie das dann letztendlich morgen alles aussieht gibt es dann natürlich auch das folgt hier gleich direkt im anfluss fangen wir jetzt schon mal so ein bisschen an die ersten sachen für frankfurt einzubuchen check in online check in unseren haben wir ja schon und warten noch auf den rest von unserer bande und jetzt zeige ich euch mal was wir hier alles schönes haben also wie schon gesagt wir starten in miami sprich in den usa und dafür haben wir typisch hier mal alles für einen hot dog restzwiebeln die brötchen dann haben wir da drüben extra hot dog ketchup und auch noch senf weil einige das ja auch drauf packen die würstchen kommen gleich erst werden gleich erst angewärmt die habe ich hinten noch stehen ja mexiko kriegen wir auf unsere reise ja noch da gibt es natürlich hier die tortea chips und passend dazu eben die dips das haben wir einmal in mild und einmal dann in hot weil ich denke mal dass die männer eher hot essen wir frau oder ich als frau eher mild ja die naschereien natürlich typisch auch für die usa cola fläschchen für jamaika dann wie schon bei dem anderen video mit den einkaufs listen oder mit den einkaufssachen gesagt jamaika rum in den leckeren rittersport rum natürlich fehlen die m&m's nicht ja und haiti haben wir halt einfach zwei früchte die dort sehr viel gegessen werden eben ananas und mango so ein bisschen gemischt und drüber ein paar kokosraspeln ja und das wird uns gleich hoffentlich allen schmecken und als kleinen geld beziehungsweise auch erinnerung an die allererste cruise die wir vom fanclub aus gemacht haben gibt es hier das corona bier weil das haben die jungs auf dem schiff bis zum ich hätte fast gesagt erbrechen aber so schlimm war es nicht äh getrunken ähm und das war eigentlich immer ganz lustig und immer wenn wir jetzt corona sehen denken wir da dran ich selber habe mir lieber so einen gemixten cocktail für gleich mitgebracht und dann gucken wir jetzt mal wenn der rest dann kommt ähm geht es erstmal los mit ein bisschen was essen dabei wird schon geschnackelt wie gesagt unser frank ist jetzt auch schon eingecheckt wir selber sind schon ein bisschen länger bei roi karibien dann ähm eingecheckt jetzt für die fahrt ja und dann schauen wir auch mal wann der rest eintrudelt ein bisschen Zeit ist wie wie Untertitelung des ZDF, 2020